so willkommen zurück hier auf youtube auf einer neuen folge und hier auf twitch geht es weiter nach der pause wir machen jetzt weiter und wir sollen ja jetzt irgendwie zum survive gehen und da werden wir jetzt mal hingehen und schauen was uns da erwartet hier ist irgendwas zu packen kräuter kochzutat bei aromen verzehr stellt sie 5 tp wieder her ich vermute mal dass jetzt hier alles noch prolog ist und dann wahrscheinlich erst auf herbei richtig losgehen es gibt es hier aber aufhören bitte was hast du gesagt geht lauter wenn man sich hören soll was guckst du denn so siehst du niemand interessiert sich ein scheiß für dich ach so weit würde ich nicht gehen was kämpfen hey wer zur helle bist du denn lasst ihn in ruhe warum sollten wir auf dich bitte hören weil ich euch pisser auf den mond schieße wenn ihr es nicht tut jetzt habe ich aber angst da braucht doch jemand ein paar auf die fresse die frage ist wer straßengangster deine position wenn du einen befehl aus willst kannst du dich mit dem linken stick in dem ring unter deinen füßen bewegen es kann einen gewaltigen unterschied ausmachen wie du dich deinem gegner gegenüber positioniert vor allem bei grundangriffen probier mal aus was passiert wenn du zu dem fahrrad gehst wenn du dich in einen gegenstand näherst den du einsetzen kannst erscheint ein dreiecks symbol wähle angriff um den gegenstand aufzuheben und als waffe einzusetzen der effekt und der schaden variiert je nach gegenstand aber eines haben alle gemeinsam sie tun weh experimentiere also ok das ist neu das gab es im ersten teil damals nicht weh, soll ich drücken, was soll ich drücken? naja soll ich drücken? naja, das ist dann automatisch mal krass Aua die sind so toll Aua god ah ok wähle angriff um bewege dich auf den gegner zu bis sich die zielanzeige ändert und der nähe bonus angezeigt wird wenn du es auf der nähe angreifst verursacht du etwas mehr schaden das ist auch neu wenn du mit dem rücken zur wand stehst zählt manchmal jeder noch so kleinen vorteil ein angriff kann ein gegner manchmal nach hinten werfen wenn er dabei mit einer wand einem objekt oder sein kameraden kollidiert erleidet der größere schaden skills mit dem zurückstoßen eigenschaft haben denselben effekt das war es vorerst mit dem tutorial jetzt die ans eingemachte ok schade ich habe ihn nicht erwischt aber das dürfte eh gewesen sein ja jetzt gibt es noch geld scheiße man tut uns leid vergib uns bei mir solltest du dich nicht entschuldigen tut mir wirklich leid tut mir leid und was sagst du ach lass sie einfach gehen halten wir die bullen da raus tja ihr habt wohl glück gehabt aber das kommt nicht wieder vor ich werde jetzt nicht mehr weiter vorlesen weil äh es ist sehr viel text ihr seid ja alle des lesens mächtig oder wisst bescheid äh ich bin mir vorher kein und ab t da geht es nicht das war der erste Teil die ihm auch geholfen da die auf der Straße leben 2 kennt man das schon gegner in der stadt haben ein symbol über den kopf dass ihre stärke anzeigt wenn du ihnen zu nahe kommst kommt es zu einem kampf achte auf ihre stärke anzeige blau schwach rot fair rosa pink stark und gefährlich was sollte ich mir merken okay gut zu wissen der ist fair weil ich noch was hochwertige käufer mit einem taxi kannst du eben andere taxi stand ja ja komm den hau mal aufs maa naa 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 das will ich aber erst mal haluzinogene bombe kann bei einer gruppe gegner verängstigen verursachen und ihren eiswiderstand senken Arschloch er war schwer aufzug zu weit aufzug zu weit erkältungsmittel muss ich lernen aber wir können jetzt auch mal die anderen läden hier alle aber wir können jetzt überall hin Schoki die was haben wir hier Mayong 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 kann ich nicht hier ist Arcade ein Klamottenladen hm geh mal zum Klamottenladen vielleicht können wir uns ja mal umziehen verdächtiger mann der hat ein Messer hat ein Messer hat ein Messer gegenwommen ist nicht wirklich zu gebrauchen aber erhebst es dann auf halt da lag noch ein Koffer Bronze Teller Teller ist übrigens im verkauf gibt Geld was hast du für Klamotten ok ok Schamottenladen ist noch gar nicht da oder Second Handladen da können wir mal hin da gibt es noch Gegner Straßen Ganonen da gibt es keinen Bonus denn näher Aua Ups Machs gut Bromo Ich denke Level up Schwitzkastenwarf neuen Skill erlernt Aha Das war der echt überall verdächtige Typ Da kann man auch irgendwie wechseln Ah hier Okay Das Timing muss ich noch üben Ich würde mich gleich noch weit verheilen ja Ha Ha On to the next level Oh klein nochmal Level Äh Äh Es ist noch irgendwo was Nope Doch da Brandseile Das ist schön Ihr erkennt auch alle Orte wieder Haben sie eins zu eins aus den ersten Tagen Obwohl ich es übernommen Halb gegessenes Bento Ist sowas noch Ist sowas noch Ha Gut Das sieht nach einem Klamottenladen aus Oh 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 Wow Okay Okay Warum eigentlich nur zur Ausrüstung Hier Aha Die Jobs können wir aber auch noch nicht ändern Nee Geht noch nicht Dondoko Island Ich bin mal gespannt Wir kürzen uns ja überall Räuter Pierteller Räuter Räuter Geltungsmittel Hochwertige Räuter Und Räuter Auf zum Survive Achja Das ist der dann Die Hauptbar Unsere alten Teamkollegen Uhhh Verdammt Das war Hey Namba Du kommst hier direkt aus der Arbeit? Ja Ich bin auf meinen Faden all day Also das ist nur was der Doktor hat Bartender Ein weiterer Räuter Auf mich Na Du hast bestimmt in der Welt geflogen Wie hast du dich aufhören, Sachan? Ist der Club noch rum? Running like it's on its last legs All things considered though I guess you could say we'll survive Well that's good One thing's for sure I won't let everything Nonomiya worked for go to waste Someday It'll be the hottest club in all of Yokohama You guys are welcome to visit anytime you know Sure Just don't go up charging us, huh? You know that's not how I do business And if it was you bums couldn't pay up anyway She ain't lying She ain't lying Beer's here Oh right on time boss man Tonight I say we get plastered Just so long as you don't end up on the floor Yeah All right Then what say we have another toast Cheers Beer's So... Xiao said he couldn't make it, huh? Ja, auch mit Joongi-Han. Man, was gibt's? Das ist unser erstes Mal grabbing beers in sechs Monaten. Ah, sie sind einfach nur für uns. Sie sind noch ein Teil der Unterwelt, also können sie nicht zusammenhängen, so können sie sich nicht zusammenhängen. Es ist wirklich ein Schade, doch. Ja, insofern ist es, Kasut ist es richtig. Wir leben in zwei verschiedene Worlds, die einfach nicht zu crossen. Es ist wichtig, wenn wir diese neue Leben haben, die wir für uns selbst gebaut haben. Plus, es ist nicht so, dass wir sie nicht wiedersehen können. Wie sie sagen, keine Nachrichten sind guter Nachrichten. Ja. Also, wie hat jeder sich aufhalten? Sie sind noch immer mit Arakawa-san, dem Angelegenen? Na, ich habe eine lange Straße vor, aber ich bin weg. Adachi-san hat bereits ein viel geholfen. Du sagst mir, dass ein Rink-Dink-Op wie ich nicht nur aus dem Lüge aus dem Lüge gehen kann. Nein, wirklich. Ich bin dankbar. Ah, ich bin nur für dich. Du bist großartig, Freund. Nicht, dass du viel richer für ihn bist. Du hast niemals verändert, hast du? Nein. Aber in einer Weise, das macht ihn cool. Oh, du denkst? Hey, ich werde den Restrum nutzen. Uh, der Restrum ist ungelockt, richtig? Na, wie geht's alles mit Sachan? Huh? Ihr zwei, äh, noch nicht auf ein Date? W-Wa-Wa-Waar-Waar-Waar-Waar? Ja, das ist es. Er hat sich nicht gewohnt. Ach, ich weiß, ich dachte, dass du zu viel Zeit bist. Aber ich glaub nicht, dass es so schlecht war. Was ein Buss. Hey, warte mal! Was ist mit dir? Kostaka, du hast ein Ding für Sachan, richtig? Ich... Uh, w- W- Um... W-Waar? W-Waar? W-Well, don't worry about all that. The important thing is, if you're gonna make a move, now's the time, huh? You're both living pretty stable lives at this point. You ought to be able to think about stuff like that now. W-Yeah, but... You can make excuses all you want. But that won't help if someone else swoops her up, will it? I'm sure Sachan's got a few deep pocketed regulars here and there. And have more competition than you think, huh? Uh... I'm no good with that kind of stuff, though. I wouldn't know where to start. Heh. Let's just hope Sasaki doesn't see you like this. But seriously, you should ask her out, when we leave here tonight. Something like... You wanna hang out together? Just the two of us? That's enough for now. Hey, good thinking, Itachi-san. I guess the veteran knows best. What now, Adachi-san? Got some new scheme in the works? I might. Oh yeah, Sachan. The other day... ... ... Whew. Yep. I'm drunk. You alright, Namba? We're zig-zagging. Alright. Easy. I'll go with you. I gotta head to the station either way. Ugh. I'm fine. Honest. Maybe on the inside. Alright. We'll see you later. Let's do this again sometime, huh? Sure thing. See you around. Yeah, Yakuza has to read a lot. But the games are worth it. Yeah, one right, pal. Aim true. Fire away. Adachi-san. Come on, Namba. Let's roll. Hey, hey, slow down. You think I'll be alright? Oh well. Guess I should go too. See you later, Ichiban. What? え... ... Uh, Sachan! Hmm? Um... Nothing. Come on, spit it out. No... Forget I... Said anything. Okay, well, goodnight. Sachan! Ichiban, seriously, what's gotten into you? Sorry. Listen, do you maybe, um, want to hang out sometime? What, you already planning our next get-together? We decided to do the next one at my club, remember? No, no, not like that. I mean, just us. You know, like together. Ich fahre eigentlich im ersten Teil sehr oft mit der im Kino. Das war ein Schuss in den Ofen. I blew it. Oh, I blew it. Irgendwann wollen sie behelden die oder was? Man, what now? Das wird sie sein. Wow. Hello? Sorry, I sort of panicked. I didn't expect that. No, I'm sorry. It was rude of me to spring that on you like that. You know, I'm free next Saturday. We're going to hang out, right? Just the two of us. Wait, you mean... I'm looking forward to it. Anyway, see ya. Hm. Hat doch nochmal Klickhals. I did it. She said yes! Er hätte doch mal schon einen Lotto gewonnen, der das... Er hätte doch gewonnen, das habe ich doch... Ich habe das Gefühl, dass er an dem Selbst noch nicht da sein wird. Oh ja, wir haben das. Wait, can YouTube really help me out here? Sure, who's got more experience than us? Well, this is your big chance, after all. We're gonna help you make the most of it. You guys, teach me your ways! Okay, let's get started then. What is first when it comes to date prep? Easy. Before you do anything else, relax. Dates are nothing but people getting to know each other. It's all just human nature. Act natural. I guess that makes sense. Human nature. What? No, that's not it. Huh? A woman's not looking to just chew the fat on a date. You wanna woo her. Give her a night she'll remember. Forget acting natural. You stay sharp and be the perfect version of yourself. Okay, right. I need to make everything special. But how do I do that while acting natural? Like Namba said. Look, I'm the most experienced here. Just listen to what I tell you. Oh, hell no. The only thing Adachi-san more experienced in is paying for it. You little... Exactly how many girls did you take back to the old cardboard box, huh? Oh, so that's how it's gonna be. Ah, guys? Ah, it's this room. That's too hard to think in here. Let's hit the town. That'll get Namba and me inspired, yeah? That's what they're in the Hose to get. Of course, as to which of us you listen to, well... You can make that call. Good idea. I'll show you just how to win a woman's heart. Let's go. Okay. I, uh, I appreciate it. Hmm. So, um, what are we doing here? Shh, 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 shh. Kasuga, class is in session. Uh, what? Lesson one in the art of love. Waiting. Waiting. Waiting for what? Listen up. The date's begun the moment you reach the meeting spot and assume position. It is vital to arrive ahead of time, by an hour, maybe two, and then you wait, like a man. Remember, when the girl arrives, she's gonna take one look at you and register a full impression. That impression doesn't wash off. It can take years to fix. I get it. First impressions, yeah? Makes sense. I have to admit, he's right. So, show us how you'll wait for Sacha. Okay, sure. Wait, what do you mean? I'll just, you know, stand? No, too stiff. Every fiber of body is nervous. You want Sacha to feel at ease. Oh, crap, really? Then, uh, how should I stand? Who said anything about standing? Why don't you park yourself on that bench there? Maybe even doze off a bit. What? You want me to fall asleep while I'm waiting? What did I say earlier? Dates should be natural. Ellis, who in the world has seen your sleeping face besides people you trust and have opened up to? Uh, my cellmates, maybe? Forget about all that. The point is for Sacha to think, wow, Ichi must feel so comfortable with me. Oh, and he looks like a person who wants to be using. She'll want to protect you. Are you sure about this man? What do you think of Dachi-san? Dozing off on a park bench? Huge mistake. Listed. What did we say before? A girl wants to feel special. That all starts with your posture. How do you make someone feel special with your posture? Remember the rule. 30 minutes early, at least. Then you stand, silent, like a statue. Don't look around, just hold your gaze firmly in the direction she'll be coming from. When Sacha shows up and gets a load of that, she'll be putty in your hands. Ichiban. She'll think. I've never noticed how manly and passionate he seems. Get it? Okay, yeah, maybe it'd be good to show her that side of me. Whatever. Ichi, you can't do both. Which of our strategies are you going to do? Atachi. I have to choose. Sitzen and ganz natürlich tun. Posieren. Aber wobei. Leidenschaft. I'll stand and wait for her. Huh? Why? Because, well, if I got there and saw Sacha sleeping on a bench, I'd figure she was exhausted. I worry the whole time that she's too tired to enjoy the date. Ah, I guess I... Just wish this. I think I know it's... That, my friend, is why you stand first. You're a proud soldier, on your way to win the war. Um, I don't know if that's true. That's really how I want to imagine this date, but... I admit, I didn't get just how much my posture would matter. I'll be sure not to look tired or sloppy. Thanks. Alright, alright. You take this one, Atachi-san. But, we're not done yet. Come on. I have to decide when you have to play here, so that you can come back. But yeah, it's cool to be always time to play. It's not a short game. Art of Love, lesson 2. Location, location, location. Yes, that's exactly what I need. Some place fancy we can go. Huh? Fancy? Yeah. The date should be special. That's what you said. So, like, a nice Italian or French restaurant? Yes, we did. Oh, jeez. You guys are kidding me. A fancy restaurant? Oh, Ichiban, it's like you're studying some kind of date manual. Exactly. It's too obvious. You'll make her feel like you're running on autopilot. Kasuga, you need a spot that says you picked it just for her. Some place just for her, huh? Like what? Like, uh... Ooh, Indian curry. A curry place? Not just any curry place. That one has a secret menu. You can order a curry there spice level 100. That's 1.2 million on the Scoville scale. 500 times spicier than Tabasco. 500 times spicier? Yup. Even the most spice-hardened bastards run from those numbers. No one's ever finished a whole bowl. Now you tell me. What'll Sachan think when you conquer that beast right before her eyes? That's good. I'm not into spicy food, man. Moron! That makes it even better. Suffer for her. Let her see you wiping the sweat from your brow. He came tips. It's the struggle that's sexy. How she'll be buddy in your hands. Really? Idiot. What happens when the curry wins? You'll just be a quivering, snotty mess. That's true. Listen to what I'm trying to tell you. Act natural. Don't be someone you're not. And don't trip over yourself finding somewhere new. You go somewhere you always go. Maybe, but... For me, that's mostly just beef bowl places. Well, have some beef bowls. Come on, what? A beef bowl date? You think it's against the law or something? All that matters is that you stay relaxed. And right now, that means beef bowls. It's true, I guess. I would be nervous, heading to some Italian or French place. Dumbass! Beef bowls don't win hearts. Show her you're a champ. Spice level 100. Are my only options really beef bowls? The hottest curry on earth? Or you could always just give up. Wallow in indecision. Grow old and alone. Make a choice. What's the usual thing? Then it's the beef bowls. What? Beef bowls on a date? You lose your mind? I know it's not perfect, but I keep thinking of Sajan sitting in silence while I'm out of my curry. But she's, you know, watching you with pride. She's in awe of your, your bravery. Uh, does that sound like Sajan to you? Am I taking her out just to perform for her? Of course you are. It's about impressing her. Maybe, but isn't the whole point of a date to talk with each other? I'd rather do that over dinner than win some food challenge. Well, uh, you got it. The lesson behind the lesson. Hmm. Ha ha. Precisely, Ichiban. Ha ha, thanks. And, uh, that means beef bowls are out of the question too, right? They might help me relax, but it wouldn't be that special for Sajan. I guess I've just got to find a spot we'll both like. Uh, yeah, precisely. Ha ha, yeah, yeah, now you get it. Oh, yeah. You saw through my trick and realized the true lesson for me. You know, he's really not that clueless. Oh, you're right. Maybe always actually missing his confidence. Gotta say, I wasn't sure about this before, but you guys really do have me feeling ready for this date. So, what's next? Ha 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 ha. Right, and it's time for the final lesson. The one that would be... Klamotten. Oh, that's pretty enough. Okay, I think I see what's coming. Give it to me. What's wrong with how I dress? I mean, this suit's natural. Isn't it? Far from it, I'm afraid to say. Highly unnatural. How? I find it still. Is that a natural fabric color? Remember, we're after human nature here. Try something like this. This is a date outfit? It doesn't look that stylish. Nothing's more stylish than au naturel. What's trendier these days than an organic lifestyle? These clothes, they're pure cotton and hemp. Not an ounce of artificial color. An environmentally friendly ensemble. I get it. It's another way of keeping things natural. But Sachan, it won't surprise her? I mean, she's never seen me dressed this way. Stop worrying. The call of nature affects everyone. Sachan will know on a primal level that this is sexy. Don't you see? It's written in our very souls to love those who love nature. Oh, really? No. Look, I get the value of being environmentally conscious. But... Hey, come on. Quick humoring this whack job, Kasuga. You're trying to win a girl's heart, not to save the whales. Cosplaying as some kind of burlap beatnik isn't about to make Sachan go gaga for you. Okay, Adachi-san. What do you recommend? That was a face queen. Feast your eyes on this masterpiece. Ah, that looks better. It's also a bit overused. Holy shit! You don't think this is a lot too flashy? Kasuga, why does the firefly eliminate in the darkness? What? It's the male's method of courtship, obviously. Dazzling your beloved. Captivating them. It's both not so optimal. It's instinct every living thing on earth shares. Obey your instincts, Kasuga. Light up her life and Sachan will be putty in your hands. Whoa. Oh, when you put it like that, the suit is pretty amazing, isn't it? Yep. Now don't you want to show up in that instead of Namba's crap bag? Yeah, like I said, they're both not so optimal, but then rather than the right side of Namba's crap. We both made good points. It's all right, Ichiban. Just go with your heart. Okay, I will. I'm wearing this one. Bio-Look. Adoption, it's yours. I know that human nature is important, but special occasions demand special action, don't they? Wobei das, was er anhat, eigentlich schon ganz cool ist. Okay, that's all I have to say. Give it your all. Make it one for the history of us. Damn straight. We got you as far as we can get you. Now it's up to you, Kasuga. You two, watch. I'll make you grow. Ja, das Spiel nimmt sich sehr viel Zeit am Anfang. Ich helfe Namba, Adachi. Adachi, Namba und Saeko wurden zu den Charakterprofilen hinzugefügt. Die Profile von Kasugas Bekannten kannst du dir ansehen, indem du das Pause-Menü öffnest. Zur Spalte, alles klar. Ich werde aber auch trotzdem mal speichern. Oh, wie viel automatisch. Ah, nee, das war nur ganz unten. Okay. Was sieht der eigentlich für eine Fresse? Teller kannst du beim Pfandleier verkaufen. Weiß ich. Was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Ach, zu seiner Wohnung. Gehen wir mal zurück zur Wohnung. Das habe ich gesehen. Kräuter. Teller. Platinteller gibt es, glaube ich, am meisten. Oder was ist Goldteller? Noch nie. Let's mich durch. Strasengenobe. Es war einmal zu viel Kreise drückt. Ich glaube, dass das Suchimon noch nicht gekommen ist, würde mich gerne mal interessieren. Alter, da will einer auf die Backen. Arschloch. Scheinbar darf ich immer den ersten Zug machen. Ist okay. Überall gibt's Kräuter. Was haben wir hier? So, reden. Ich fühle mich so spielen, Alter. Ah, ist glaube ich mal jung oder so. Ah, nee. Arschloch. Ah, die können im Moment hier gar nichts. Das wird sich aber später bestimmt noch ändern. Hier war noch eine Kiste. Eisenteiler. Abel Defense. Also, mit einem Schuss. Ich bin echt nicht der Kiste. Aber noch nicht der Kiste. Das ist der Kiste. Der Kiste ist der Kiste. Der Kiste ist der Kiste. Der Kiste ist erneutig. Äh, das ist auch noch ganz schönes Stück. Ah ja, das Kampfsystem ist auf jeden Fall andererseits zu den alten Yakuza-Teilen. Aber ich mag rundenbasiert. Ich bin ja mit Final Fantasy aufgewachsen. Und von daher ist das gut. Es gibt hier mittlerweile nicht mehr so viele Spiele, die rundenbasiert sind. Jetzt sticht das hier schon ein bisschen heraus. Ah, gehen wir hier dann. Es liegen viel mehr Koffer rum als im ersten Teil, finde ich. Man findet viel mehr. Oh, da wohin noch jemand. So, fuck. Straßen kann nur open. Jetzt können wir mal beide blocken. Oh, ich habe gerade gesehen, mit der L1 kann man auch helfen. Gehen wir erst mal nach Hause. Äh, klar. Aber die Wohnung ist neu. Die hat er damals nicht gehabt, soweit ich weiß. Was gibt's denn da? Gegenstandskiste. In deinem Versteck, am Treffpunkt und in verschiedenen Dungeons in der Stadt befinden sich Gegenstandskisten. Hier kannst du Gegenstände aus deinem Besitz ablegen und sich später wieder entnehmen. Ah, okay. Dann gehen wir mal in die Wohnung. Schlafen gehen, ne? Soll ich das für heute gut sein lassen? Ausruhen. Morgen ist viel zu tun. Ich hau mich aufs Ohr. Mach das. Heute ist schon Samstag. Oh, der ist. Also, ein bisschen übertrieben. Hey! Am ich zufrieden? Nein, nicht überhaupt. Oh, actually, I just got here. Look, you don't have to be so nervous. Oh, wow. I can tell you went all out for today, Ichiban. Oh, you mean... The guys helped me pick this out. Is... Is it weird? No. I think you look nice. So, where are we off to? Oh, first things first. Wo geht's hin? We're terribly sorry. Please come again soon. Oh, they're full too. So viel zur perfekten Planung, ja. So viel Läden, die es da gibt. Uh, Sachan. Is there anywhere you want to go? Me? Well, actually, yeah, there is. Oh, then hey! Let's try to get a table. Oh, it's not a place to eat. What? What is it then? What? Do I have to spell it out for you? I mean, you're the one getting all fidgety. Hotel. We've been walking all this time, right? Let's stop by. Alter, was? Ja, it's a bit early, right? What? I assumed you were feeling the same way. But... It's still light out and stuff. Since when does that matter? Day or night, I could really use it right now. Ich glaube nicht, dass sie das meint. Er ist halt überfordert. Persönlichkeitschance. Na komm. You know, Sachan. Hmm. Do you, uh... You know, do this kind of thing often? Well, I guess. I'm usually always in the mood. And how would you feel if someone you love was doing the same thing? Hmm. Well, I guess it's not something to be proud of. Right. So, the hotel's probably a little fast, huh? What? A hotel? Where did you get that idea? Was mein zugarnisch. Isn't that one? I meant I could use a cigarette. A cigarette? There's a smoking area a little ways up ahead. See? Oh, wow. Oh, right. Uh, yeah, smoking. I knew that's what you meant. Sure. Let's smoke. Maybe I'll have two. Are you okay, Ichiban? Nope. Ah, yeah, fast das Fettnäpfchen getreten, yeah. Aber ist ja noch da hingeguckt oder nicht. Das ist eine gute Frage. Wow. Über die Freunde reden. Gibt's keinen anderen Team? Nehmen wir das. You know, I wonder what Namba looks like without his glasses. What? Wow. Why? Oh, well, it's just I realized I've never seen him without him. Hey, you're right. Well, now I'm kind of curious too. What if he's actually super hot or something? Oh, that's kind of mean to Nanchan. Still, he could use a little spiffin' up. Get his hair done and stuff. Yeah, that's true. I know. We should plan the guy a makeover one of these days. Adachi-san can help out too. Ha, yeah. That sounds fun. Hey, plan on it then. Hey, wouldn't you rather spend more time with Nanchan and Adachi-san than be on a date with me? Huh? Äh, no. I mean, you seem like you really perk up whenever you talk about them. Oh, no. I didn't... Just... Something we have in common. That's all. I don't know what to say. I don't know what to say. I don't know what to say. Oh, right. Speaking of those two, I just remember. They were telling me about a place near Jean-Nai Station, that's supposed to be pretty good. You maybe want to go there now? Sure. Yeah, let's do it. Wow, look at this. This counter? Is that real Hinoki Cypress? Sure is. Everything okay, Ichiban? Yeah, I just assumed the place would be a little more casual, seeing as Namba and Adachi suggested it. I doubt those two have ever actually been here. Actually, come to think of it, all they said was that the place had good atmosphere. Here, let's order something. Uh, okay. Yeah, let's look at the menu. Oh, was gibt's denn? Alright, I think I'm going to try this. I'll have the Shunko Kigyo, please. Oh, miss, that's actually read Harutsugeuo. Oh, what? Really? I'm sorry. Oh, geez. This is embarrassing. I have a better moment. Da wir jetzt so viele hier Entscheidungen treffen, könnte das für eine Story wichtig werden, oder? Sehr viele im Moment. Das scheint richtig gewesen zu sein. Und was würdest du gerne, Herr? Ich gehe heute mit mir. Wie geht es mit diesem Kawabuta? Kawabuta? Oh, das ist das, was es sagt? Herr, das steht als Fugu. Huh? Seit wann das Fugu war? Die zwei von euch wollen, um Ihre Kanji zu retten. Ich glaube, wir beide verabschieden uns. Oh nein. Please forgive uns. Der Kanji benutzt in Japanese cuisine kann auch sehr schwierig sein. Wir haben tatsächlich gefragt, ob wir die Präunzationen auf den Menü haben. Bitte, wir können uns ein Anmitsu auf dem Haus geben. Als eine Entschuldigung. Really? Oh, ich liebe Anmitsu. Vielen Dank. Ich glaube, es lohnt sich zu sein, mit dem Kanji zu sein. Jetzt und dann. Schöne Arbeit, Ichiban. Endlich gut oder alles gut? Ja. Ufff! Wer wusste, Kapos-Style war so gut? Gerne, das war sehr lecker. Ich weiß nicht, ob ich da noch nie gegangen wäre, wenn nicht für unsere Date. Vielen Dank, Ichiban. Oh, wirklich? Hey. Ich bin einfach glücklich, dass du glücklich bist. Ach, keine Ahnung. Was ist denn? Ja. 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 MAG. Ja. Vielleicht. Ja. 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 Ich bin einfach dran. Ja. Ichi-Ko-san? Aber... Das ist so sudden! Huh? Saiko-san! Was ist ein Verrückter? Was machst du hier? Was? Ist das nicht wahr? Ich bin mit meinem Freund mit meinem Freund. Freund? Du meinst du den Kaffeein? Hey! Mein Name ist Ichiban Kasuka und ich bin mit Saiko-san. Geh! Du bist so subtil. Du glaubst mich jetzt? Dass ich ein Freund habe? Natürlich nicht! Komm schon! Ich weiß, ich kann Leute aussehen wie kein Problem. Dieser Pferde ist nicht so weit, wie dein Typ. Keine Weise, keine Weise. Hm. Hm. Dass er meistens jetzt immer positiv auf Numbar reagiert hat, nehme ich mal Numbar. Das ist ein Freund der Lauf. Das ist ein Freund von Saiko-san. Okay. Und was machst du damit chez боль? Das ist ein Freund von Saiko-san! Daher bin ich bei Institut von Saiko-san. Ich bin ein Freund von Saiko-san. So? Du bist dein Freund von Saiko-san? Ok, dann. Und was machen sie beim Lauf. Na so ein Freund? Ich bin bin ein Freund von Saiko-san. Okay, ich frage dir das, Herr Freund, wenn Sako-San 10 Millionen Yen in Geld endet, wirst du sie wegziehen? Ich kann das in meinem Leben schlafen, kannst du? Ich habe nicht das Kind of Geld, also nein, ich kann nicht. Ich dachte so, aber du hast das, was es braucht, um sie zu retten zu retten. Aber ich kann sie hören und mit ihren Sorgen, woher, 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 oder wie lange sie will. Ist das nicht das, was ein Freund zu machen soll? Hm, ichiban. Hahaha, und was das überhaupt so ist? Du sitzt da und schreckst dich. Der Ende. Aber es ist nicht der Ende. Es ist komfortabel, zu haben jemanden, mit dir zufrieden. Wissen, dass sie sich interessiert, kann dir die Kraft, um weiterzugehen. Es ist wie, wie multiplierst du zwei negativen, dir eine positive. Das ist das Kind der Mann, ich will. Ich bin froh, ich bin froh, ichiban ist mein Freund. Du bist ernsthaft, Sako-san? Du sagst mir wirklich, dass dieser schruffy-schaufe ist dein Freund? Du hast mich nicht die erste Mal gehört? Aber... Nein, 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 nein. Wie kann ich mich zu einem dumptigen Mann wie ihm verlieren? Ja, du hast verloren. Also kannst du bitte versichern, dass du mich aufhörst? Klar, ich versichern. Beide. 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 Was? Das ist ja der Grund, der mich aufhörst. Ich bin nicht wunderschön. Natürlich. Ich versichern. Ah, verstehe. Aktiviere den Auto-Kampf. Nö. Das ist langweilig. Das ist alles komplett neu gemacht worden. Ich dachte eigentlich es gibt neue Gehilfen, aber scheinbar behalten wir die alten. Level Up! Was ist das? Was ist das, Mann? Das stimmt, ein Trash für die Trash! Mann, was ein Schein. Was ist das? Das hat einfach gesagt. Entschuldigung? Ich bin sehr entschuldig. Es ist all meine Schuld. Nein, sie sind nur knapp. Aber ähm, ich sollte wahrscheinlich auf die Trash. Jetzt hätte sie nicht schlafen müssen. Die Klamotten hätten vollkommen gereicht. Jetzt sieht man noch mal im Stelterschlaf was alles gemacht haben. Ich habe das Gefühl, es fände mir wichtig für die Hauptstory zu sein. Das ist schwer zu sagen. Ich habe keine Ahnung, was so richtig die ganz, ganz große Geschichte von dem Spiel ist. Im ersten Teil war das sehr schnell klar. Aber hier? Bis jetzt noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das war. Aber ich hatte Spaß. Danke, Ichiban. Oh, uh, sicher. Ich bin froh, dass es alles funktioniert hat. Ich bin froh. Ich bin froh? Also hör, ich weiß, wie ich war ein Yakuza und so. Und jetzt, dass ich mich um mich zu verauschen. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ichiban, was ist das alles? Ich bin froh und auch gefühlt. Für echt. Kapitän Sawashiro hat mich ein dummer aus dem Tag, als wir uns treffen. Aber trotzdem. Ich arbeite jetzt mit einem starken Job. Und ich nehme es wirklich ernsthaft. Ich glaube, dass ich auch eine gute Reputation in der Office habe. Physisch zu sprechen, ich würde sagen, dass ich ziemlich stark bin. Ich meine, ich bin nichts mit einem Mann wie Kiryu-San. Aber ich weiß definitiv wie mein eigenes Leben. Ich nehme nicht, ich nehme nicht zu viel. Und ich kann nicht sagen, dass ich nicht berühre, aber... Es ist nur ein Hobby. Der Punkt ist... Ich habe wirklich nicht zu viel zu geben. Aber wenn es zu dir kommt, ich gebe alles, was ich habe, um dich glücklich zu machen. Also... Ich sage dir... Will du... Will du mich heiraten? Oh! Ichi-Bahn! Er macht gleich einen Heiratseintrag. Aber ist das ein Dulli. Jetzt hast du es verkackt. Ich versuche auf meine Honour als Mann! No matter was passiert! Sachan! Ich werde dir immer da sein. Ich werde dir immer da sein. Ich weiß, wie schwer es ist, es alleine zu gehen. Especially als Frau. Dass du in der Klub machen kannst, wie du, während du deinem Vater und deine Freundin... Das ist unglaublich! Aber wenn wir zusammenarbeiten, du wirst nicht mehr so aufhören. Du wirst nicht mehr aufhören. Ich werde dir nach deinem Vater schützen. Und wenn alles alles passiert mit Nanoha... Ich werde da gleich da. Ich bin wirklich! Du wirst nicht mehr arbeiten! Du kannst du nach Hause und du dir das resten zu mir. Und ich würde nicht schützen, die Hausarbeit auf dich. Ich werde es schlafen, kuchen, machen, machen, was du willst! Und wenn wir ein Kind haben, du kannst, ich werde ihn aufhören. Und dann ein Tag, vielleicht können wir alle aufhören mit Arakawa-san. Ich würde ihm sagen, Look at this happy family I've built. Du kannst ruhig aufhören, weil... ich mache einfach gut hier. Sachan? Danke nochmal, Ichiban. Heute war wirklich Spaß. Wait! Huh? Hey! Hang auf! Sachan! Did... Did I say something wrong? Uh... No. No. Nothing like that. I just need to get home. Up early tomorrow, you know? It's probably the same for you too, right? Anyway, let's just keep at it. Um... But I... Uh... What's your answer? Haha, it's clear. Let's go a bit too early. Good grief! What kind of moron proposes on the first date? Maybe it's some sort of late bloomer Panic. I don't know what to say. I mean, I could see you're getting turned off or something, but... I doubt Sachan'd be mad about it. Well, no. She wasn't mad. I don't think. She just said she was leaving all of a sudden. Idiot! That means she's mad. Possibly fuming. Dare I even say seething! Well, that's it then, boys. Game over. Let's put the old dream out to pasture. Hey! Quit screwing around and help me out! For real! I got no idea what's what anymore! So the date itself. That all went fine, right? Yeah! I mean, I was really nervous and awkward at first, but eventually Sachan started having a lot of fun. At least I think she did. You know, now that I think about it, maybe she was already fed up with me at that point. Oh, boy. This is where it all starts. The doubt's rolling in. So much for the hero of Yokohama. But hang on. This is Sachan we're talking about. If she wasn't feeling it, she would have called it real fast. In that case, she must have said something pretty stupid in that proposal. What all did you say? Give us the spiel, huh? What? Now? It's kind of embarrassing. Look, dumbass. If we don't know exactly what you said, then we can't help you. Now, spit it out! Uh... Um... Well, first, I talked about how I'm poor. I mentioned I wasn't too smart. Yeah. That was a good chunk of it. Hmm. So far, so good. So? Uh, then? Uh, right. I... I said I didn't have much going for me. And yeah. After that... Ich geb das jetzt mal kurz ein bisschen drüber, weil das haben wir ja eben alles gelesen. Ugh! What?! That was it. Listen, Ichiban. Sachan might be working her ass off, but she's out there living her dreams. You think a girl like that really needs someone to gallop on in and save the day? Hmm. Uh... Uh... I know you didn't mean it like that, but if there was ever a way to screw up, that was it. Uh... Sounds like we got our culprit. But just to be safe, what else did you say? Uh... I said I love that she's so resp- Wait, what?! You really said, for a woman?! Huh? Was that bad?! Stuff like for a woman, or even though you're- That kind of talk can come off as pretty sexist. Even if you're just hanging with us- Really?! Oh, boy. You raised a whole bunch of rep- I got a bad feeling about this. Ugh. Me too. Well, uh... Oh, I mentioned her dad and sister, because of that. I said I'd take care of the bills, and she could just hang out at home. Oh, shit. I'm sure you meant you just wanted her to take it easy. But you don't think Satchan's at the club just for the money, do you? I-I-I know there's more to it than that. Maybe. But the way you said it might have been misinterpreted to mean otherwise. I get you were panicked, but there had to be a better way to phrase that, right? Oh! Oh, man. Oh, what I wouldn't give to go back and do it all- Well, let's- I'm doubly sure there's not more. Did you say anything else out there? I did. I said that even if Satchan did- and that if we ever had a kid, we could all visit the box- Is that finally it? You didn't add any more fuel to the fire? No. That was the last of it. Well, you sure went out with a bang. So you said you'd help with the chores. Noble, but I doubt it earned any points. That, more or less, gives the impression you think chores are a woman's job. Yeah. And depending on the person, talking about having a kid can be pretty shaky. Some couples can't even have kids, so it's not like marriage is all about starting a family. Hmm. And you topped it off with a planned visit to Arica was great. That almost sounds like you want to marry her just to make the old man proud. Hey, come on! You're saying every single thing I said was wrong? Oh, this sucks. Well, might just have to apologize. True. She might be fed up with you and all that, but it's better than saying nothing. Okay. Just gotta make things right. You should do it, yeah. Definitely. Hey. Hey, buddy. To see what he's trying to find, why he's getting away from Hawaii. Who knows. Well. Good luck. What does he need? He has to be taken? I'm looking for you. I'm looking for a bar. But this is a good cliffhanger for my ReingSchaut. If you want more to see more, kauft es euch oder guckt bei anderen YouTubern. Es gibt bestimmt Let's Plays auf YouTube. Ich gehe mal davon aus. Und schaut es euch da gerne an. Aber mein Tipp, kauft es euch. Die Yakuza-Reihe ist es echt wert, dass sie spielen. Gerade die Like a Dragon Reihe. Sehr gut. Ähm, ja, das soll es gewesen sein, wenn wir mal reingeschaut. Eventuell mache ich vielleicht noch mal morgen einen Stream, aber ich glaube eher nicht. Ihr könnt ja sagen, ob ihr noch mal was sehen wollt. Dann mache ich einen extra Speicherstand. Und ansonsten soll es jetzt gewesen sein, wenn wir mal reingeschaut. In, ähm, Like a Dragon, Infinite Wealth. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, was dann wahrscheinlich dieses Banisher sein wird. Ich glaube Banisher heißt es. Ich weiß noch nicht, ob ich da spielen werde. Aber ich kann noch gleich mal eine Ankündigung machen. Am 29. Februar, also in vier Wochen, kommt Final Fantasy 7 Rebirth. Ah, wird es meinen zweiten 24 Stunden Stream geben. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt wieder einen 24 Stunden Stream. Nach vier Jahren, glaube ich. Natürlich wieder zu demselben Spiel, mehr oder weniger zur Fortsetzung von Final Fantasy. Würde mich natürlich freuen, wenn er mich da begleitet. Gut. Aber hier soll es jetzt gewesen sein mit Like a Dragon, Infinite Wealth. Danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Euer Doomsday. Macht's gut. Musik Eeeh Musik G United .